Hier ist Gartenvideo.com, mein Name ist Markus Cobbett und ich bin enttäuscht. Nicht nur darüber, dass man dort drüben im Kampen, gerade die Schweizer Nationalmannschaft gegen die Englanden verliert, hier in Dublin, in Irland, sondern dass ich so was hier sehe. Künstliche Pelergonie, Edel Pelergonie, künstlich aus Plastik. Wissen besänftigt mich der irische Kaffee. Die Tatsache, dass Gieren dann immerhin mehr Petonien pflanzen. Gärten Sie weiter, aber nicht so.